Er hat mich aber ausgebremst. Ich habe übrigens beim American Jack Simulator das interessante Problem, dass das Lenkrad immer... Ich bewege das Lenkrad nicht, das Lenkrad lenkt selbstständig immer ein bisschen ein. Keine Ahnung woran das liegt. Also erstmal Licht. Der Motor ist an, dann haben wir ihn im Gange. Ich guck irgendwie auch mit der Lenkung hier nicht ganz klar. Ja, außerdem musste ich tanken, den Wagen einmal durchwarten lassen und erruhen. Aha, seht ihr das? Ich habe den Joystick eigentlich gar nicht wirklich bewegt und auf einmal zieht er mir weg. Was natürlich schade ist, dass wir durch die Ruhezeiten jetzt mitten in der Nacht gelandet sind. Ich habe Weihnachtsschmuck im Auto. Eine Christbaumkugel, eine süße Eule und ein Geschenk für unterwegs. Habe ich alles noch von einem der Events, an denen ich schon teilgenommen hatte? Also wenn ich das nächste Mal Euro Truck Simulator lade, dann muss ich mir genau die Controller-Einstellungen angucken. Dass ich das Lenkrad dementsprechend einstelle. Ich habe schon die Todzone rausgenommen, aber hoffentlich ist das dynamische Lenkverhalten immer noch ziemlich komisch. Warte mal. Optionen. Kontrollereinstellungen. Wenn wir die nicht-lineare Lenkung auf 25. Vielleicht war die einfach zu kräftig. Ah, ich glaube ich habe eine. Ich glaube ich habe eine. Jetzt geht es auf jeden Fall deutlich besser. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt den ganzen Weg zurückfahre, aber das tue ich nicht. Ich glaube ich bin hier so reingekommen. Nur war der Weg zweieinhalb Stunden. Jetzt habe ich von hier aus noch eine halbe Stunde. Also kann es nicht gewesen sein. Ah. Und hier hatte ich schon einen Zug. Ich gehe jetzt noch einen Zug. Ich lege weiter. Ich gehe heiß. Vielen Dank. Was ist jetzt passiert? Wieso ist mir der Motor ausgegangen? Da haben wir doch keinen Schaden. Ich bin versucht zu sagen, er stimmt ja halt nicht. Ich bin ein Schaden. den motor starten wollte ich das nächste portal, das nächste portal ist wieder hier praktisch gerade den weg wieder zurück scheint aber das günstigste zu sein ich merke gerade, der Hähner ist auch länger muss ich hier wiegen am Wagen tun ich glaube ich mache das mal dann muss ich es später nicht nochmal machen 35 Tonnen in etwa würde ich sagen jetzt haben wir noch hier Roadtruck Simulator eingestellt Moment, das muss ich natürlich immer also erstmal das hier raus American Simulator A und hier dann ist der A ok, fertig ok, weiter gehts ich habe gar nicht gemerkt, dass es da so hoch geht also hier ist schon ein sehr kräftiger LKW das ist ein ziemlich schweres Paket das sind die ganzen Postkarten ok, jetzt kommt der Bahnübergang ich hole mit 40 ich habe das dumme Gefühl, 40 ist zu viel 40 ist für Autos 45 das ist zum dritten Mal, dass ich über die Straße fahre das ist ich habe dahin die Straße es wir Wachtmeister, ganz wieses Wallen, weil er ein völliger Stillstand ist. So, das Portal. Ich fasse mal nur 45 hier rum, fahren wir mal die Geschwindigkeit dazu. Es kommt so langsam in die Reichweite des Portals. Kein deutsches Auto. Europäisches, besser gesagt. Da würde ich auch sehr, sehr vorsichtig fahren müssen. Auf der anderen Seite des Portals. Da, jetzt macht es das wieder hier. Schlimm ist, man muss es nicht merken, wenn er losfährt. Da steht ein Polizist. Weil wir noch mal Glück gehabt, dass der es nicht so wild genommen hat. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist genau die Stelle, wo ich mir geruht hatte. Auf ins Winterwunderland. Hier müssen wir jetzt noch sieben Lieferungen machen. Da hat man ein Problem, wenn man losfahren. Ich würde sagen, 20 Meilen pro Stunde sollte vielleicht das höchste Wettergefühle sein. Jetzt vielleicht sogar schon anfangen. Und zu bremsen? Nein. Jetzt. Jetzt. Ich werde es jetzt mit. Ich würde es jetzt hier noch so. 30 Meilen pro Stunde, das ist viel zu schnell. Ah, da sind die Nordlichter. Dann haben wir die auch mal gesehen. Ja, ich merke, der LKW ist kräftiger als der, den ich im Eurojack Simulator hatte. Und der war auch nicht gerade schlecht und schwach auf der Brust. Das ist ein anderer Städtchen. Zwei Städtchen hier. Ja, das andere war nicht am See. Was ist da im See? Ah, das würde mich jetzt brennend interessieren. Also das Boot wirkt schon mal sehr amerikanisch. Nordpol, da denken die meisten wohl an Alaska. Sie ist zugefroren. Ein Bild von Prag hier in Berlin. Manche würden es wahrscheinlich teichnen, wenn es zugefroren ist. Und drumherum Herbstbäume mit buntestem Laub. Ein bisschen Finish wird es dann auch. Doch, doch auch. Und Husky. Da hat sich das Lenkrad komplett eingedreht. Ich höre ja schon am Geräusch, dass du das so rutscht. Und das ist wieder der Zug. Erster Aufenthalt in Post Office. Natürlich hat sie jetzt auch die Ente. Die sieht man normalerweise garantiert nicht. American Truck Simulator. So, wo muss das denn hin? Es gibt es ja nicht sogar die Postauslieferfahrzeuge gesehen. Amerikanisch war es. Ne? 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 Jetzt ist der Fall besser. Hm, nice! So. Auftragsangebot. Externe Aufträge. Wo muss man eine Uhr schicken? Wo ist die Uhr schicken? Und was ist das, was mir ganz so hoch hat. Oh, das ist das. Oh, das ist eine ziemlich weite Strecke. Arizona? I don't know, wäre nicht schlecht. New Mexico. Ja, aber der in New Mexico. So, das muss ich erst wieder raten. Du bist mein Hänger. Ja, ich muss ja sowieso drehen. Dem ist natürlich sowas so weit, so großartig mehr Wendekreis. Okay. 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 So, jetzt müssen wir praktisch wieder genau da hin zurück. Oder ich nehme die. Ich nehme mal die andere zur Erkundung. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nordlichter im Rückspiel. Gut, jetzt würde ich auf den Verkehr achten müssen, ich war jetzt nicht ganz schön am Rutschen. Der ist halt schneller geworden beim Runterfahren und das war dann doch zu viel. Auch jetzt ist es zu viel. Ja, ich war hier schon mal. Die Straßen entdecken hier, das ist jetzt natürlich, naja, ich glaube, ich habe sowieso nicht viel davon, wenn ich das mache. Also ich versuche, alle Straßen aufzudecken. Okay. 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 Postdorf ist einfach eine ganze Stadt. Das ist schon witzig. Die Stadt ist vielleicht übertrieben, ein ganzes Dorf. Oh, sieht das jetzt richtig. Hätte ich da einfach eine Abkürzung nehmen können. Oder ist das... Nee. Wir werden es gleich sehen. Ich habe es völlig umsonst aus dem Raum gefahren. Ja, und dann nenne ich gerade kleine Abkürzung. Die irgendwie nicht im GPS ist. Natürlich muss ich nochmal auf die Karte schauen, das kann ja durchaus sein, das ist gar nicht... Das war's da. Das war's da. Das war's da. Und der hat sich gesagt, du in der hypothesischenIB stehe seid. Das war's da. Oh, das war's Violence also. Und der fand schä 눈. 3.30 Uhr 4 Uhr morgens. Das war auch, glaube ich, so ungefähr, wie wir beim letzten aufgehört haben. So, da ist das Portal. Auf nach den USA. Ins Land der Dachpitzen. Und wieder vollgetankt und ein bisschen müde. Ist da jetzt Ruhe geflogen? Oh, der Hintenmann wird mich verfluchen. Weil die 75 erlaubt ist und ich komme und komme nicht aus dem Tee hier. Mhm. 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 rosa Also es gibt so viele uninteressante Bundesstaaten in der Mitte von den USA, die am Rand sind eigentlich alle recht interessant. Die gehören halt alle irgendwie auch zusammen. Jetzt, wo du kaum schneller fahren kannst als ich, überholst du. Diese Autobahn, kommt niemand entgegen? Und das ist in den USA ja auch oft wörtlich. Aber natürlich nicht unbedingt in so flachen Kehlen, nämlich hier. Vorher ganz auszuschließen, ist es dann auch nicht. Also lässt sich jetzt viel besser lenken als vorher. Ich habe mir immer noch keine Ahnung, wo der da rechts dran ist. Ja, gut. Ich dachte mal, das liegt vielleicht an noch irgendwas anderem, angeschlossen. Aber jetzt aktuell ist nichts als das angeschlossen, als der Controller. Jetzt ist es ein Mitsubishi, da kenne ich gar nicht das Modell. Oder Kressler? Ne, Kressler hat fünf Sterne. Mitsubishi hat eigentlich drei, aber um 90 Grad nach rechts dreht. Oh, ich darf gar nicht abbiegen. Sag mir das doch vorher. Jetzt stehe ich mitten auf der Kreuzung. So. grün 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 deswegen ich hätte ja hab jetzt Das kann ich jetzt auch hier verhören. Sobald ja auch mal, ding, 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 ding. ich muss zugeben automatisches einparken ist gerade sehr verführerisch da die auch gerade nicht fahren können ok erstmal so und hey du schön dass du da bist was treibe ich hier eben gerade das was ich nicht war also einmal kurz rum und wir haben geliefert hast du das mitgekriegt dass das die tolle aktion gibt mit einem ganz eigenen land das man besuchen kann nur für diese aktion tacks angebot ist eine aufträge geschenke nach town square das wollte ich als nächstes besuchen das ist gut dann machen das wo ist das hier in der Nähe apropos american truck simulator ich bin mittlerweile so weit hinten dran mit den dlcs dass ich selbst jetzt was so viele angebote hat über 50 euro ausgeben müsste um meine sammlung zu vervollständigen wo muss ich hin ich bin bei meiner mutter okay Okay, hat gereicht. Da, der dreht sich wieder weg. Mein Lenker dreht sich immer ganz von selbst in den American Truck Simulator. Das ist total irritierend. Ich spiele mit Controller, wenn ich mit Lenkrad spielen will, dann muss ich jedes, wenn ich einmal mit Lenkrad spielen, muss ich den Controller wieder komplett neu konfigurieren. Und weil ich mir jetzt hier so eine Art Rig aufgebaut habe, musste ich jedes Mal den Fernseher umstellen. Das Bild ist dann der Bildschirm für Swig. Es ist nicht so kompliziert, aber ich hätte jetzt keine Lust darauf. Ich spiele die beiden Spiele gerne mit Controller. Ich habe es zu lange gemacht. Zu der Zeit, wo ich dann das Lenkrad hatte, habe ich mich schon so dran gewöhnt gehabt. Aber wie du weißt, ist das Lenkrad nicht umsonst bei mir gelandet. Ich habe sehr, sehr viele Rennspiele und Simulationen damit gespielt. Ich bin jetzt sogar auf dem Niveau, dass ich Online-Rennen gegen andere fahren kann. Was treibt ihr da? Ist da einer jetzt da vorne? Ja, jetzt ist es. Da ist der LKW. Äh, da nicht. Da ist der LKW. Einmal wieder Gas geben. An Bremse lösen, Lenkrad wieder richtig einstellen. Kannst du dem Auto dabei zusehen? Also, das gehört jetzt natürlich dazu. Ich muss jetzt erst mal das nächstgelegene Portal finden. Was mir das hier zu sein scheint. Das macht er nicht automatisch. Ich hasse es, wenn sie diese Bänder da haben. Ich bin selbst schuld. Warum habe ich die Spur auch genommen? Okay, ich muss jetzt sowieso rüber. Die genaue Spur... Ah! Das Lenker ist plötzlich zu empfindlich. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Spiel und dem Punkt. Äh, das ist mal was definitiv falsch. Die Anhänger sind schwer hier. Vielleicht eine leere Box, die noch stört. Das sind da noch mal drin. Äh, die leere Box... Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber ich glaube, das könnte der eigentliche Platz sein, wo der Fernseher normalerweise draufsteht. Da ist auch die Playstation 3 da drin. Was man auf dem Bild drin wahrscheinlich nicht sieht. Ah, schön, es wird wieder heiß. Ach so, ja. Und beim Streamen ist das sowieso etwas ungünstiger. Oh oh. Ich habe es zwar so eingerichtet, dass ich das Mikrofon dahin ausrichten kann, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja schon das Problem, dass es bei mir so leise ist. Okay. 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 Ich habe jetzt 8 Lieferungen. Äh, jetzt gibt es da Gas. Jetzt komme ich nicht mehr aus dem Tee. Ähm, 8 Lieferungen in Euro Truck Simulator gemacht. Das ist jetzt die dritte Lieferung in American Truck Simulator. Und 15 muss man insgesamt machen. Und jeden der Orte in Winterland einmal besuchen. Ja. Und jetzt steckst. Ja. Verdeckt. Ich muss warten, bis ich wieder stehe an der Ampel oder so, bis ich das richtig lösen kann. Ja. Wir sind ja... Ach. Vielleicht bin ich ein Portal. Komm schon, du schaffst das. Krass. Extra. Ein hochgradig ausgerüsteter Volvo hier. Ja. Gut, ist ja nicht so von Gas, wenn ich gehe mich dicht auf ihm her. Man soll ja auch 2 oder 3 Lkw hinten dran bleiben eigentlich. 2, mindestens, oder 50 Meter. Langespan, 28 Meter. Na, ich gehe jetzt wieder von Deutsch-Berken aus. Ach. Ja. 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 Aber was den DLC betrifft, ich habe ja so viele Straßen und Städtchen von den Karten noch gar nicht erkundet, die ich aktuell habe. Also habe ich auch gar nicht das Gefühl, ich bräuchte jetzt unbedingt die Erweiterung. Lange Strecken kann man jetzt ja wirklich fahren. Auch mit dem, was ich habe. ja. Ja. 13 Minuten zwölf. Sag ich mir jetzt nicht, dass das auf der Seite ist. Ja. Ja. Der hat da jetzt schon angezeigt, dass ich umdrehen muss. So, mein Freund, so kann man es nämlich auch machen. Man kann erst hier abbremsen. Da ist es. Siehst du, wo der Schnee fällt. Da ist mein Portal. Okay, Mutter aus und auf ins Leben, äh, ins Nix. Ja, das Leben länger mit Abstand, ja, das ist richtig. Die verdeckt einen Teil des rechten Rückspiegels und das ist auch sonst ziemlich stört. Ach, die Box. Moment mal, da müsste, ich sehe ja gerade, da müsste eigentlich der Chat drin zu lesen sein und ist nicht zu lesen. Ja. Okay, Stream Elements. Ich meine, das bringt es ja gar nicht. Es verdeckt nicht sehr viel vom Spiegel. Ich glaube, ich bin eingeloggt. Und jetzt sagst du mir bitte, warum der Chat da drin nicht auftaucht. So einfach eine Image-Szene. Aha. Der Chat, das ist ein Image und der Chat ist ein anderes. Ah, da weiß ich, was ich mache. Ich blende dieses Image aus. Und lass den Chat an der Stelle, das sollte reichen. So, sieht man, wie sieht es jetzt aus. Man sieht da, man kann immer noch keinen Chat lesen, wie es aussieht. Test, 1, 2, 3, wenn ich was neu schreibe. Nee, funktioniert einfach nicht. Komisch, hier in der Vorschau wird es mir richtig angezeigt, inklusive Test, 1, 2, 3. Ah, jetzt sehe ich es auch da. Sehr gut. So müsste es gehen, oder? Boah, dann habe ich die in dem anderen die ganze Zeit völlig ansonsten gehabt. So, wir sind im Winterbunderland. Wo ich extrem vorsichtig fahren muss, hier ist es nämlich glatt. Weißt du, das schöne, knirschen des Schnees? So, 26 Meilen pro Stunde sind definitiv zu viel, um hier umzukommen. Ah ja, Verkehr hat es auf dieser Seite keinen. Nein, 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 nicht rutschen. Nee, nicht rutschen. Nein, komm ich hier durch. Hier muss ich jetzt immer dran denken. Mit dem Euro Truck Simulator musste ich auch mal aufpassen, dass ich nicht über 50 fahre. Hier sind es nicht über 30 oder so. Oh. Aber das ist richtig, richtig realistisch, ist die Glätte nicht. Merkst du, er schiebt jetzt über die Vorderräder. Das sollte ich aber, wenn ich bremse, dann müssten die Räder etwas besser greifen. Also zumindest, solange ich leicht anbremse, und das macht er nicht. So, hier muss ich mich nicht umgucken, kommt kein Verkehr. So, 20 sollte in Ordnung sein. Wobei es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Also bei Willy Wonka Schokoladenfabrik gibt es eine Stelle, wo man ganz schwer einparken muss. Ich bin mal gespannt, ob das auch mit dem LKW hier ist. Das probiere ich dann auf jeden Fall noch aus. So, wenn man den Zuschauern einmal einen Gefallen tun möchte. Wenn man das macht, nimmt gar nicht so viel los. Die Stelle kenne ich jetzt halt schon vom European Truck Simulator, Mann, ich hab's hier jetzt. Also, ich mach mal nur die Handbremse an und mach den Fotomodus an. Ah, extrem, ja. So kann ich die Kamera nicht bringen jetzt. Auf dem Markt selbst sind schon ein paar Leute. Ich mach mal das hier tiefer. Okay. So, ich mach gleich den Motor um. Abkoppeln. Mein Motor ist noch ein. Okay, kein Problem. Es gibt insgesamt fünf Stellen, wo man anliefern kann. Und das sind alle toll. Okay, jetzt müsste ich umgekehrt dann von hier weg wieder einen Auftrag annehmen. Was lustiger ist, weil es Portale sind, kann ich jetzt überall auf den Karten, die ich habe, landen. Ich kann, was durchaus passend wäre, jetzt in Roswell landen. Aber in New Mexico war ich selber auch gerade erst. Also, da bin ich sogar hingefahren. Washington auch, mal über die Grenze. Also, gehen wir mal nach Kalifornien. Also, da ist... Da ist der Himmel. So. Da ist der Himmel. Da ist der Himmel. Da ist der Himmel. Einmal gesattelt, Portal. Die Town Square, wo wir jetzt gerade sind, ist in der Mitte, aber hier oben Post Office ist auch noch mal ein richtiges Dorf. Mountain West Hall ist einer der Dings, die wir anliefern. Da ist die Schokoladenfabrik und der Kunst. Das sind alle kleine Siedlungen, aber Post Office und Town Square sind richtig groß. Also, jetzt habe ich erst das Portal markiert. Welches nehme ich denn? Da sind wir gerade durchgefahren, dann nehmen wir doch jetzt das hier. Das ist Wahnsinn, wie ich was für einen viel größeren Wendekreis die US-LKWs habe. Ich war jetzt echt gespannt, weil das erst zum ersten Mal eine Karte ist, wo man praktisch mit beiden LKWs fährt. Den amerikanischen und den europäischen. So wirklich mal den direkten Vergleich hat. Das war nicht zu schnell. Ich meine, hier hat ein paar Gassen. Da bin ich mit dem europäischen LKW durchgefahren. Allerdings ohne Fracht. Die würde ich mich jetzt hier nicht unbedingt trauen mit dem. Da hinten rum zum Beispiel. Jetzt bin ich mit 30, habe ich immer das Gefühl. Genau, über 50, wenn die Steuerung zur Glückssache wird hier. Ich glaube, ich weiß es eigentlich sogar. Wir haben sie den europäischen Berliner Nachtrhythmus in etwa. Also das heißt, die Sonne geht erst jetzt hier richtig auf um 10, um halb 10. Und es sind 4 dann schon wieder weg. Also eben mal. Das ist mal bei 20 Meilen pro Stunde. Ja, oder 2. ... ... ... ... ... Okay. Also über die Technik mit den Portalen werden sich die Mutter sicher auffallen. So, da sieht man das Portal. Ja, das stimmt. Aber gut, das würde ja auch schon mit den Fähren gehen, wobei sie könnten es auch mit Flughäfen machen. Nee, eigentlich nicht wirklich. Selbe Zeit Invert, aber hier ist es krass hell im Vergleich. Du fährst mich hier so durch, ich muss ja in die andere Richtung. Dann stauert es auch noch. Ach, sie hat ja so eine Wiegestation. Ich hasse die Dinger. Von daraus vom Nordpol komme ich her. Und ich wiege, wiege, wiege sehr. Ich glaube, das ist das erste übergreifende Event, das wir haben, wo man mit beiden spielen kann. Ich hatte übrigens gesehen an Bird of Trucks. Ich habe drei Jahre kein Euro Truck Simulator gespielt. Dabei macht mir das Spiel so viel Spaß. Was? Äh, ich nicht. Dann eben nicht. Ich hupe und dabei bin ich die Person, die zurückrollt. Aber ich wollte vor allem hören, im Euro Truck Simulator habe ich die amerikanische Klingelruppe. Da habe ich so richtig getrötet, wie sie es gehört. Und in zwei Varianten. Da wurde zum Klingelruppe. Und hier sind laufen.. Ja? Dann wollen wir uns so weit. Irgendwann overcome. für dieses Spiel ist das ein ganz schöner Stau beeilt euch, ich wollte nicht, dass ich stehen bleibe also die hinter euch zumindest nicht das Gesetz hat es eigentlich gewollt, naja Schiffsruppe Nebelhorn Ich habe das Gefühl, dass wird schon ein paar Vögel aber gleichmäßig Hallo Patool Also wenn du losfährst, dann kann ich darauf vertrauen, dass es legal ist, ok? Perfekt funktioniert Und hier haben wir eine Strode Schlechtester Typ Die Straße, die es gibt Der lässt doch jeden rein Warum dann erst eine Schranke? Was ist das denn? Ah Hä? Was ist das denn hier? Was ist das denn? 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 Das war's. Er zeigt keinen an, aber laut Flagge muss es da hin. Ah, jetzt sehe ich, wo der hin muss. Noch ein zweiter Run. Ja. 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 hier zeigt das an. Crews in Kansas kann ich natürlich nie machen. Kansas habe ich nicht. Toto, we are not in Kansas. Drei Aufträge muss ich noch vor. Post Office war noch nicht. Noch mal Post Office. Also noch nicht in diesem Teil. Da steht ein Flugzeug auf dem Flur. Ein Flugzeug auf dem Flur. Schauen wir ein bisschen noch. Ach. Ich hatte die schon verringert. Von den Vereinstellungen auf die Hälfte. Jetzt habe ich immer noch das Gefühl, es ist manchmal zu viel. Gerade wenn man so schnell fährt. Also fällt es zu der Kurvenstrecke. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug hier. In Kalifornien haben sie ja auch total überarbeitet. Ich schätze, die Ampel ist dann die, wo wir abbiegen müssen. Genau. Wo ist das Zug? Warte. Ja, wir dürfen. Aber gut, dass ich es gesehen habe. Dass ich es noch rechtzeitig gesehen habe. Das war ja jetzt richtig klar. Okay. Du bist mich doch vor allem, es gibt zwei Wege da rein. Und du trägst mir den schlechten an, oder wie? Das ist mir Post Office schon aufgefallen. So, äh, wo stehen wir uns unsere Daumen? Hm? Ich hasse dieses Gepiepse. Bis ich das gelesen hätte, wäre es garantiert rot gewesen. Ähm. Ah! Ich lasse das Sattel nicht wieder ab. Ja, das ist das Motor laufen. Okay. Route setzen. Portale. Wer hat es gleich welche? Hä? Nein, nein. Noch weg. Ah, weil die auf der Seite sind. Sind aber alle auf der Seite. Das hier schon. Müsste man außen rum fahren. Ist denn kaputt mit dieser Seite? Also demnach ist das der nächste. Schneller! 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 Das wird es aber nichts. Harte Arbeit. Das bringt sich voran. Ich würde gerade fragen, wer welche Schienen direkt an die Straße baut, aber das sind nur auf die Schatten von da oben. Ah, okay. Boah, wie viel Geld reinkommt durch meine Leute. Als du zum Chat gestoßen bist waren das 50.000, jetzt sind es fast bei 100. Also nicht übel. Grunde genommen könnte ich einfach nur noch so durch die Gegend fahren. Ich brauche niemanden. Die fahren alle wie es sich gehört und dadurch wird es schlechter. Ja gut, recht zu holen. Das ist legal. Da wo der herkommt. Ah, 20.000. So weit aufs Augen wollte ich nicht. Genau, es liegt an dir. Du bringst Glück. So muss das sein. Felix Katus. Ach, Menno. Wo baut denn hier eine Ampel hin? Die ich auch neu überfahre. Naja. Aber der Felix hat gewirkt. Niemand hat uns angezeigt. Brumm, brumm. Grün, grün. Das ist so gemein gewesen. Wenn man nach Istanbul liefert. Da muss man ja über die Grenze und hat wahnsinnig viele Rampeln. Und die Ampeln, die gehen ja hier nach Real Life Zeiten. Das heißt, man steht hier mindestens fünf bis zehn Minuten pro Ampel dran. Da kannst du keine Zeit mehr einhalten. Wenn du eine Ware nach Istanbul nimmst, dann kannst du es eigentlich nur über World of Trucks machen. Weil das ja dann in Echtzeit geregelt wird. So, wenn sie sich hier nicht schneller als 25 fahren. Dann pfeifen wieder Vögel. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es definitiv was im Spiel ist. Jetzt müsste ich aber wieder richtig Gas geben können. Und dann geht es wieder runter. 30 sagst du diesmal. So, wir biegen ab nach Richtung Korningen. Und Scherdinger drückt ganz schön. Das ist ganz schön schwer. Oder der Lkw braucht besserere Bremsen. Dann hat man ja gar keine Herausforderung mehr. Ich hatte hier schon mal schlafen ausgestellt. Weil es mir dann doch zu viel wurde. Vor allem, wenn man es nicht aktiv hat. Und dann kann man ja damit die Zeit gut steuern. Viel besser als anders. Stopp. Stopp. Ha! Richtig gestoppt. Ja, ja. Das, das, das. Mensch, Amis. Mir blickt es doch echt nicht, oder? Ich habe erst vor kurzem eine Sendung gesehen. Wie die Amerikaner, wie bestimmte Sachen entstehen. Und diese Straßenkreuzungen gibt es wirklich so. Die bauen darauf, dass sich die Leute untereinander verständigen. Stell dir mal vor, wie einfach man da einen Kreisel hinsetzen könnte. Moment. Ne, ich muss gerade durch. Ach Mensch. Das, das hier ist auch typisches Amerika. Das ist typischer Amerika als sämtliche Städte. Okay. Ich habe ja keine Ahnung, wo das Link wirklich steht. Entfernen darf ich sehen. Ich könnte gerade meinen, der Mustang macht einen Drag Race und lässt mich einfach stehen. Okay, ich gebe zu, ich habe mich irritieren lassen. Gut, dass die da hinten Barfahrten hatten. Die wussten schon mal rein, was passiert. Beim Bremsen habe ich das Schild gelesen, aber dann war es schon zu spät. Ja. Ach, das hört sich nicht besonders. Ja, so. Ähm. RGB. Hat der RGB Lichter, wenn ich den Hacker drin habe? Nein, siehst du, guckst du. Okay, Herr RGB ist ein bisschen übertrieben. Ich sehe ihn mal ja. 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 Ich meine, der Vorteil, dass da so viel Nacht ist, also jetzt ist es schon dunkel, ist, dass die Nacht da wirklich sehr schön ist und es gibt Nordlichter. Ich hätte noch einen kleinen Truck. Ah, jetzt kommen wir nach Post Office, wo ich dir erzählt habe, es auch sehr schön dort. Da werde ich die Kamera aufsuchen. Aha, der Berg dahinten wird von der untergehenden Sonne beschrieben. So. Doch, von Ballaststern. Hm. Hm. So. 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 Was meinst du? Das ist ein Alaska-Dorf oder ein finnisches Dorf? Oder ein schwedisches? Schwedisch weniger. Finnisch könnte sein. Wieso gucken die eigentlich in die Kamera? Die sollte doch eigentlich gar nicht da sein. Jetzt wissen wir es. Das sind Drohnen. Drohnenaufnahmen. Wir sollen anime chosen an ihm ein bisschen zurück. Wie bitte jetzt? Ich hab ihn mit ihm interview. Du wirst ihn. Du wirst ihn dir auch besser. Abart setz�en mit ihm zu lassen. Du wirst ihn. Du wirst ihn. Das ist normal. Wir werden genau ein. Und wie es dir ist, den film mit chevy chase griswolds weihnachten irgendwas das haus haben sie ja auch das ist allerdings an einer anderen stelle ich glaube da wo Wonka ist so und da ist der Bono das ist so schön das nicht Ich bin gespannt, was im Angebot ist. Wieso in Washington, wie das denn mal mit Colorado? Nichts, was nach Colorado geht? Da. Ich bin gespannt, was nach Colorado geht. Das sind Bodlich, ja, kakatschne. Moment, ich muss noch abkürzen gehen, hast du gesehen, da war eine Ente, und da ein schöner Zug. Den hatte ich bis jetzt noch nicht so richtig erwischt, aber besser kriege ich nicht. Das ist noch richtig lang. So, ein bisschen hier rein, dann kann man nämlich eine Abkürzung nehmen. Ich hatte vorher nicht gemerkt oder gewusst, dass das... Moment, Moment, Moment. Wo geht es genau lang? Hier? Ah! Über den Eissee. Wir können über den Eissee driften, ist das geil. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war eine gewaltige Abkürzung Ich muss immer wieder dran denken, dass hier kein Verkehr ist Ich gucke, obwohl ich kann niemals So, 25 Minuten ist nicht So, das war eine gewaltige Abkürzung Gut, es kommt ein, glaube ich, langsam vor jetzt Mountain Resolve Sie haben, ich habe mir vor allem noch ein Video angeguckt Sie haben mal kurz erwähnt, dass Sie mit den Assets vielleicht Nicht vielleicht, also Dass da ein bisschen Bezug ist auf den künftigen DLC Ich frage mich, ob Sie das gemacht haben, was ja bei den Promods war, dass Sie Island eingebaut haben Äh, nee, im Plan, vielleicht Mit der, bei Island hätte ich denn hier wegen Schnee Da steht ein Hatzenhornisch, da ist eine Ente Ein Ford F-150 Ganz klassischer Sau Und dann geht's mal Und dann geht's mal Vielleicht ist das ein Golf 1 Das ganz, das neben dem Hornet steht Ein Peugeot 205 Nice Haben Sie Autos, die man sonst in dem Spiel echt nie sieht Und schon gar nicht im American Drug Simulator Obwohl, da hat's ein Hornet vielleicht Sie haben ja sowas ähnliches Und da liegt zwar drin Snowy Peaks Keine Ahnung, ob das auch noch ein Spiel auf irgendwas Bekanntes ist Ah, da hinten ist eine Seilbahn Ich hab gesehen, dass Sie eben hier auf dem Berg, wenn man die Spirale hochfährt Diese Seilbahn haben Aber ganz im Hintergrund sieht man die richtige Seilbahn Ich hab gesehen, dass Sie eben hier auf dem Berg, wenn man die Spirale hochfährt Ich hab gesehen, dass Sie eben hier auf dem Berg, wenn man die Spirale hochfährt Ich muss hier Ich hab das Gefühl Noch die realistische Sattelgeschichte einstellen Aufsattelgeschichte Das zeigt mir viel früher und viel einfacher an, dass ich einen Sattel machen kann Ich hab jetzt auch keinen Zapfen gesehen Okay, 15 Meilen pro Stunde sind zu langsam um den links anzustellen Hast du das gesehen, dass ich gerade geholfen bin? Achso, ich hab noch gar kein Portal gewählt Okay Hey, wir sind hier Darts und Portal, Darts und Portal Beide haben wir schon benutzt Ah, dann benutzen wir das Warte Was ist hier? Ne, hier ist das Chris Walls Haus Okay Okay Und immer die Okay 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 Da wer steht Okay 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 ganz vorsichtig bei der Geschwindigkeit 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 Was ist da oben eigentlich noch? Okay, wieder zurück. In Anführungszeichen langweiligere Land. Diesmal nach Colorado. Da, 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 das ist Willy Wonkas Fabrik. Immer zusehen, dass von den verbleibenden drei Auslieferungen noch eine dahin kriegen. Es sind ja nur noch zwei in die Richtung. Oh. Erst vergessen, dass hier ein Hänger dran ist. So, wo wollen wir hin? Und dann nach links. Ich habe schon gemeint, in Colorado könnten sie eigentlich fast ewigen Schnee in den Bergen auch haben. Die Stressen sind ja einfach nur karg. Was auch spannend ist, jedes Mal wenn man aus dem Wunderland zurückkommt, ist man vollgetankt und völlig wach. Das ist diese eine Stelle, dass ich schläge da dann zu weit ein. Da. 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 Das geht einfach nie. Genau an der Lenkeinschlag macht er plötzlich einen riesen Haken. Vielen Dank. Jetzt habe ich nicht mal den Stick bewegt und er hat plötzlich eingeschlagen. Oh, jetzt habe ich den Grafikfehler wieder. Ich glaube es ja nicht. Da hilft nur neu starten. Ah, das ist aber... Ich hatte den ganz am Anfang, aber da war ich eine Weile lang rausgetappt. Nein, das ist jetzt hier. Benden. Benden. Ich möchte das Spiel beenden. Mhm. Ich möchte das Spiel beenden. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gehabt, dass plötzlich überhaupt ein Spiel passiert ist. Das war aber auch dieselbe Tageszeit in etwa. Das muss ein Bug sein. Also in Spieltageszeit. Okay. Okay. Mountain fun giftet. Nein. Schau dir das an. Das geht doch nicht. Das mache ich jetzt. Das scheint ein Lauerfehler zu sein. Irgendein Schäbe kaputt. Und wenn jetzt gar ein Parkplatz da wäre, wo man nächtigen kann, könnte ich ja kurz jetzt einfach mal nächtigen. Aber das geht ja nicht so. Nein, PM. Hilft nix. Dann muss ich abbrechen. Zurück zum Eurochuck Simulator. Da habe ich die Probleme nicht. Dann muss ich das jetzt abbrechen. Also beenden. Dann starte ich kurz auf den Stream neu. Bin also ganz kurz weg. Aber da ich ein Wort mache auf YouTube, sage ich allen, die bis jetzt dabei waren, erstmal Tschüss und bis bald, bis zum letzten Video aus dieser Serie, wo ich dann mit Eurochuck Simulator abschließe. Bis dahin erstmal. Tschüss und bis bald.